Na alle zusammen, mich hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The War With In unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg aus den Tiefen und zwar haben wir den einmal unter Tiefen, dann War With In und hier haben wir das Achievement Spornfeger und für dieses müssen wir folgendes machen, schließt erfolgreich eine Fungiana Tiefe auf Stufe 8 oder höher ab, ohne von explosiven Sporen getroffen zu werden. Und ja, was sind die Fungiana Tiefen? Naja, das sind die Tiefen, wo ihr dementsprechend so Pilzmobs drin habt. Das sind verschiedene, unter anderem die Mykomandenhöhle gibt es da oder wir haben hier zum Beispiel auch die Fungus Phantasterei. Da gibt es auch noch viele andere. Ich habe jetzt exemplarisch einfach mal hier die Mykomandenhöhle mir ausgesucht. Diese habt ihr in Heilsturz auf den Koordinaten 71, 31 und jetzt ist es hier so, dass ihr die auf quasi Stufe 8 spielen müsst und dann nicht von dieser explosiven Sporen getroffen werden dürft. Und das in dem kompletten Run. Das ist ein Personal Achievement. Wenn ihr in einer Gruppe drin seid, kann es sein, dass andere getroffen werdet. Solange ihr nicht getroffen werdet, seid ihr fein raus. Und zwar sind diese Sporen diese hier. Wie funktioniert das? Wenn ihr da hinlauft, dann kommen die her und fangen einen Cast an und wenn der durchgeht, dann explodieren die, machen Schaden und hinterlassen so einen Debuff. Da könnt ihr auch Mobs reinziehen. Also dieses initiale Ding, da dürft ihr reinkommen. Ihr dürft aber nicht bei der Explosion reinkommen. Also wenn die wirklich hochgehen, da dürft ihr nicht drinstehen. Und das in dem kompletten Delft nicht. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ich habe das Achievement bekommen, als ich meinen Twink gezogen habe. Indem ich einfach den am Anfang stehen lassen habe. Und der hat dann das Achievement bekommen, weil der halt AFK stand und das nicht quasi aktiv abbekommen hat. Aber ihr könnt das auch normal spielen. Müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Immer wenn diese Dinger hochgehen, rauslaufen oder am besten die gar nicht erst triggern. Die hier ein bisschen am Rand spielen. Und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Alternativ, wenn ihr euch da schwer tut, gibt es zwei Optionen. Option 1 ist, ihr spielt eine Pet-Klasse. Lasst immer euer Pet vorne, die triggern und steht einfach hinten. Oder ihr macht das in der Gruppe. Wie gesagt, das ist ein Personal Achievement. Selbst wenn eure Gruppenmitglieder erwischt werden, kriegt ihr trotzdem das Achievement. Wenn ihr als Range irgendwo hinten steht, da ein Tank vorne dran habt, dann ist das Achievement auch relativ easy zu holen. Genau, das ist das, was ich euch zum Achievement sagen kann. Und ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass bei euch ein Run klappt. Ihr könnt es ja immer wiederholen, wenn es schiefgegangen ist. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.